Guten Morgen, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Und ich liebe es, das zu spezifizieren sozusagen und sage dann immer gerne, liebe Freundinnen und Freunde im Dharma und liebe Freundinnen und Freunde des Dharma. Denn das ist, was uns zusammenbringt, was uns zusammen praktizieren und leben lässt, das Dharma. Und das ist, was wir jetzt hier auch im Raum spüren, wenn wir zusammen sind. Und das ist eine gemeinsame Energie, eine Ausrichtung, eine Sehnsucht auch, zu irgendetwas hinzukommen, was wir vielleicht deutlich formulieren können oder auch nicht. Wir haben Erwartungen an das Dharma. Wir haben Hoffnungen. Und deswegen ist es immer so ganz, ganz wichtig in den Gemeinschaften, immer dann, wenn Menschen zusammenkommen, dass sie sich darüber austauschen, sich darüber im Klaren werden durch den Austausch, durch das Formulieren. Weswegen bin ich auf dem Weg, so sagte man das früher. Weswegen komme ich zum Dharma. Was ist mein Wunsch, meine Sehnsucht? Was erwarte ich? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das durchsichtig wird untereinander. Das Dharma ist ein ganz tief, wie heißt es so schön, tiefgründig und wunderbar. Ist ein ganz, ganz tiefgründiges und großes, umfassendes, geistiges Gebäude sozusagen. Vor gut 2500 Jahren durch die Einsichten, Erkenntnisse und die Hinweise des Menschen zunächst formuliert, den wir heute Buddha nennen, und ist dann über die ganzen Tausende von Jahren weiterentwickelt worden. Und das Dharma, und da möchte ich uns heute viel darauf hinweisen, weist auf eine, auf die tiefste existenzielle Ebene des Menschseins hin. Es will uns dorthin führen, dass wir eine ganz bestimmte, und wir sagen dann eine gesunde, gesundes Verhältnis zum Leben haben. Es will uns dorthin bringen, dass wir in diesem ganz bestimmten, gesunden Verhältnis zum Leben auch eben ein ganz besonderes, bewusstes Verhältnis zu uns haben und zu anderen Menschen. Das Dharma will uns und kann uns, und dafür ist es da, aus unserem kleinen, ich-bezogenen Geist herausbringen in einen großen, umfassenden Geist, den der Buddha Nirwana genannt hat. Und im späteren Marjana braucht man dann den Ausdruck Buddha-Natur. Das muss uns deutlich sein, dass das die Ebene ist, auf die wir hinaus wollen, die das Dharma sozusagen anbietet. Wir selbst leben aber in unserem täglichen Leben auf verschiedenen anderen Ebenen. Wir leben auf der körperlichen Ebene, und viele Menschen haben dort so ihr Hauptanliegen, das in Ordnung zu bringen. Und es gibt Menschen, die sind eigentlich nur damit beschäftigt, dass dieser Körper wie auch immer sein mag, was man nun gerade für Vorstellung entwickelt. Schnell und ratig und vital oder gesund oder was auch immer. Und das ganze Leben dreht sich darum. Und dann gibt es die soziale Ebene, die für uns alle starke Einbindung und Verbindung mit anderen Menschen. Und da gehören so Lob und Tadel und anerkannt und nicht anerkannt und abgelehnt sein dazu. Und da sind auch manche Menschen sehr, sehr, sehr damit verbunden und haben dort ihr Hauptanliegen, dass das einfach und leicht wird. Dann gibt es die psychologische Ebene, die eigene Stabilität, das Zu-sich-Stehen oder aber auch das Sich-Erniedrigen und Ähnliches mehr. Und dann kommt die spirituelle Ebene. Und das muss uns deutlich sein, das muss euch in den Sangen deutlich sein, das müsst ihr mitteilen miteinander, auf welcher Ebene ihr jetzt Hilfe braucht oder Unterstützung oder was für euch interessant ist und wo das Hauptanliegen ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn das nicht deutlich wird und ausgedrückt wird und klar gemacht wird, bringen wir Hoffnungen und Wünsche ein, die das da mal nicht erfüllen kann. Dafür ist es da mal nicht da. Und das ist so einer meiner Hauptansätze bei vielen, vielen Vorträgen. Es kann sein, dass du vom Dharma etwas erwartest, wozu es gar nicht da ist. Und da viele Menschen im sozialen und psychologischen Bereich ihr Hauptanliegen haben, heißt es ganz klar, dafür ist das Dharma nicht da. Wirklich nicht. Wir versuchen im Westen, das heißt die westlichen Lehrer versuchen da so ein bisschen zu ziehen und so ein bisschen anzugleichen. Aber auch, ich habe hier ein Buch von Thay noch mitgebracht, der sagt ganz klar, Buddhismus ist keine Psychologie. Und das wird nie richtig verstanden. Man hofft dann doch, dass man da mit seinen Problemen in der Ehe oder in der Familie oder Ähnlichen über das Dharma zurechtkommt. Das ist sehr fragwürdig. Deswegen ist es wichtig, das für sich deutlich zu machen. Und dann dorthin zu gehen, wo man wirklich Hilfe braucht und bekommt. Das ist das eine. Das andere ist, worauf ich uns immer wieder verstärkt hinweise. Das Dharma ist ein ganz großes, geistiges Gebäude. Das habe ich eben schon mal gesagt. Und es ist entwickelt worden vor 2500 Jahren in einem völlig anderen Kulturkreis. Im Asiatischen. Und auch heute sind noch überwiegend unsere Lehrer Asiaten. Sie kommen also aus dem Kulturkreis. Und dieser Kulturkreis ist in seiner Gesamteinstellung überwiegend völlig anders als unsere. Wir leben in einem griechisch-christlichen Denken. Und Dinge, die für uns völlig normal sind, weil sie zu unserem griechisch-christlichen Denken gehören, existieren im Buddhismus nicht. Die kennt ein Buddhist erst gar nicht. Und die meisten Menschen sind immer fürchtlich erstaunt und auch begeistert, was wir unserer asiatischen Lehrer nun anders denken können. Die denken von Natur aus anders. Das ist keine Erleuchtung. Ein Beispiel gebe ich euch gleich, was mich so darauf aufmerksam gemacht hat. Es gibt ja die Konferenzen des Dalai Lama mit westlichen Wissenschaftlern, die Mind-and-Life-Konferenzen. Und das sind große, wunderschöne Begegnungen des Dalai Lama als Vertreter des tibetischen Buddhismus und westlichen Wissenschaftlern. Die gibt es jetzt schon fast 20 Jahre oder so. Und in einem der ersten waren dann Psychologen zu ihm gekommen. Und weil der Buddhismus ja immer ein Geistestraining ist und die Psychologen wollten also nun hören, wie nun Buddhisten mit dem Geist umgehen im Gegensatz zu ihnen. Und dann hörte der Dalai Lama irgendein Wort, was er nicht verstand. Und der Übersetzer konnte das auch nicht richtig übersetzen. Jimpa ist zwar ein hoch ausgebildeter junger Mann schon damals gewesen, aber verstand das auch nicht so recht, was das Wort nun bedeutet. Im Tibetischen gibt es das nicht. Und dann dauerte das alles eine Zeit, um irgendwie dem Dalai Lama so ein Gefühl zu geben, was die Leute da wohl meinen. Und dann hat er das gemein zu verstanden und sagt, habe ich das richtig verstanden, dass ihr euch als Menschen ablehnt? Und ich höre da so ein Wort wie Selbsthass. Was meint ihr damit? Also das kann es ja gar nicht geben. Das kann man gar nicht machen. Das geht einfach nicht. Und alle westlichen Psychologen, einschließlich aller unserer selbst, sagen aber selbstverständlich. Ja, das ist doch nun normal, oder nicht? Ja, aber mindestens, oder? Und deswegen kommen ja auch alle zu uns, ja, um davon geheilt zu werden. Und die haben es auch selbst. Und der Dalai Lama hat es bis heute nicht verstanden, welcher Geist dahinter steht, der dazu fähig ist. Es muss uns also deutlich sein, dass wir offen sein müssen für Hinweise, die wir nicht verstehen. Und auch verstehen, dass der asiatische Lehrer uns nicht versteht. Das ist ein ganz, ganz großes Problem heute in der immer tieferen Vernetzung von westlichen Lehrern und ihren asiatischen Lehrern, dass wir das deutlich machen müssen. Und da gibt es die Unterschiede. Wir hatten das vor einiger Zeit mal im Gespräch, auch mit der Sabine. Da gab es dann die Überschrift Schuld. Und für uns Christen ist Schuld ja auch so was. Das ist ja, das gehört zum Denken. Schuld und Sühne, Romane. Also Schuld ist etwas, das ist man einfach. Da kann man nichts machen. Und das ist auch etwas, was uns dann psychologisch wieder belastet. Darüber kann man also unglaublich viel Seminare machen und Workshops und Psychologen dafür bezahlen, dass man die Schuld los wird. Gibt es im Asiatischen nicht. Die buddhistische, asiatische Kultur kennt keine Schuld. So, da stehen wir nun. Und deswegen ist es für uns westlichen Lehrer manchmal sehr schwierig. Auf der einen Seite das Dharma selbst zu verstehen und auf der anderen Seite so mitzuteilen, dass wir mitbekommen, warum es der andere nicht versteht. Nach diesen kurzen Vorworten gehe ich jetzt heute da mal von aus, dass ihr ja als Altpraktizierende wisst, um was es geht. Und trotzdem möchte ich uns auch heute das noch einmal deutlich machen. Um was geht es im Dharma eigentlich überhaupt? Wo setzt das Dharma an? Eine Formulierung, die ich sonst immer gerne vom Dalai Lama vortrage, habe ich jetzt hier von unserem verehrten Lehrer. Übrigens ein wunderschönes Büchlein hier. Ja, hat die Ursula Hanselmann schön zusammengetragen. Wenn wir von Buddhismus sprechen, dann meinen wir eine Praxis, die uns dabei helfen kann, uns zu verändern. Praxis im Buddhismus ist Kultivierung des Geistes. Denn der Geist wird als Grundlage von allem gesehen. Das entsprechende Sanskrit-Wort heißt Citta Bhavanem. Citta heißt Herzgeist. Das heißt also Citta ist die Gesamtheit unserer geistigen Elemente und Aktivitäten. Da ist sowohl das Frontalhirn, also der intellektuelle, nachdenkende, wissende Geist. Und da ist auch die emotionale Ebene, deswegen heißt es Herzgeist. Das ist Citta. Und der Buddhismus geht davon aus, dass das entwickelt werden kann. Bhavanem. Das heißt also, wir sind hier, um diesen Geist, diesen Gesamtgeist zu entwickeln. Es gibt ein ganz schlimmes Wort für uns, verändern. Aber das ist es nun mal. Dafür ist das Dharma da. Im Chinesischen bedeutet das Wort Praxis. Ich hatte ja eben gesagt, Praxis im Buddhismus ist Kultivieren des Geistes. Praxis heißt etwas verbessern, reparieren, festigen, verwandeln, etwas verschönern, wahrer, realer machen. Braucht das jetzt nicht im Einzelnen, sondern so von der Energie her. Eine Praxis, die darauf zielt, uns schöner, wahrer zu machen, das ist natürlich geistig gemeint. Die dazu dient, uns zu vervollkommenen, das ist ein schwieriges Wort für uns Europäer. Aber der Teil meint das so. Uns gesünder zu machen, das ist ganz schwierig. Dann sind wir bei Bio und solchen Sachen. Das meint er auch nicht. Und glücklicher. Und das ist dann das schwierigste Wort. Was ich also nur vorlese, uns deutlich zu machen, das Dharma hat eine bestimmte Aufgabe. Und diese Aufgabe heißt, uns in unserem gesamten geistigen Feld zu verändern. Uns also in irgendeine andere Richtung zu bringen. Uns in einen anderen Geisteszustand zu bringen. Dafür sind wir da. Und nicht irgendwie so Kleinigkeiten in unserem täglichen Leben durchzuführen. Das kann man alles machen, ja. Es ist natürlich ganz schön, im täglichen Leben achtsam zu sein. Aber wenn das nicht zu einer Veränderung von Chitta führt, ist es Verhaltenstraining. Mehr nicht. Wir müssen also, und das ist mir wichtig, heute jetzt am Anfang, uns wirklich darüber im Klaren sein. Was wollen wir eigentlich? Wozu sind wir hier? Was erwarten wir? Und wozu sind wir auch bereit, dass wir es tun? Dass wir sagen, okay, das möchte ich. Und das tue ich dann auch. Und ich beschäftige mich auch ganz tief damit, wie kann ich das tun? Was kann ich machen? Der ganz alte Text dazu ist der Anfang von der sogenannten Satipatthana Sutra. Den meisten von euch sagt das was, ja. Und da sagt der Buddha, Mönche. Teil sagt dann immer gerne Praktizierende, was auch sicherlich gut ist. Dies, diese Praxis, das ist ein Praxisbuch. Heute nennt man das Manual. Ist der direkte Weg, um unseren Geist zu reinigen. Das heißt von Verwirrung, von Besetztheiten und ähnlichen Dingen zu befreien. Das englische Wort heißt hier Purification, ins Deutsche übersetzt Läuterung. Ist ein bisschen mittelalterlich. Das Überwinden von Sorge, im negativen Sinne, Sorgen, Sorrow. Und, das ist ein ganz wichtiger Wort, Lamentation. Das kennt ihr alle. Das Lamentieren. Oh, wie schlimm, und warum ist das wieder passiert, und warum gerade ich, und stell dir mal vor, und überhaupt, und die Wahlen jetzt, und was wird aus der Welt, und so. Das ist dann Lamentation, und das wollen wir enden. Steht hier. Das Dukka verschwindet, und da komme ich gleich nochmal drauf, Dukka, und Unzufriedenheit, Discontent. Und dass wir einen Geisteszustand erreichen, den er genannt hat, Nirvana. Also ein Geisteszustand, der kein konditionierter Geist mehr ist, in dem alle diese Vorstellungen und ähnliche Dinge nicht da sind. Und dafür ist die Praxis da. Okay? Wir sollen uns das immer wieder vor Augen halten. Und immer wieder klar machen, mache ich das heute? Habe ich mich heute entsprechend ausgerichtet? Wie gehe ich mit meinem Geist um? Und was ist die Praxis? Und die Praxis ist eine ganz große, umfassende, tiefgreifende, geistige Veränderung. Ich möchte heute das nochmal etwas radikaler und klarer fassen. Ihr seid dazu bereit, nehme ich mal an. Also die ersten westlichen Reisenden, Europäer, aber meistens auch so junge Amerikaner aus dem Peace Corps oder Hippies oder sowas, nun endgültig den tibetischen Buddhismus entdeckten und den Bodh Gaya, dem Dalai Lama, zu Füßen saßen. Und es auch irgendjemanden gab, der so ein bisschen übersetzen konnte, was der Dalai Lama da nun sagt. war das Erstaunen ganz groß, was dieser Mensch da so sagt. Man verstand wirklich nicht, was der wollte. Ist heute noch nicht viel besser, aber damals war es wirklich ein Schock. Und es gibt eine Situation ganz am Anfang, die ich einmal gehört habe, und das ist etwas, was ich behalten habe. Da steht also einer von diesen Amerikanern hinten auf, und diese Menschen haben so was Frisches, so was Simples. Hey man, sowas in der Hand. Und er steht also hinten in der Versammlung der ganzen Hohen Rationen der alteingesessenen Tibetern auch und sagt, His Holiness, I have a request. Alles zuckt zusammen. Das war bisher noch nicht gehört, sowas. Nur, der Dalai Lama ist außerhalb jeglicher Schocksituationen, wo wir zusammenzucken, da lächelt der. Ich finde das unglaublich toll. Ich habe ihn ein einziges Mal direkt in einer Konferenz erleben müssen, oder dürfen. Ja, es war also wirklich schon, es ist eine Herausforderung. Da kommt also irgend so ein Schuss, alles zuckt, und er guckt dann und sagt, das ist ja toll. Zieht sich dann meistens so die Socken ein bisschen hoch, so als kleine Übergangsphase, dass er auf eine gute Idee kommt. Und ich nehme, das hat er da an, das hat er auch gemacht, diesem jungen Amerikaner hinten, der ihn nun anspricht, hey. Und der Amerikaner hat dann gefragt, könntest du nicht vielleicht so mit ein paar Sätzen erklären, was der Buddhismus ist? Dalai Lama hat dann rüber geschaut, alle alteingesessenen tibetischen Mönche und realisierten Wesen hatten sich doch bei ihrem Schreck erwischt, dass da jemand auf die Art und Weise den Dalai Lama anspricht und dann so eine Frage stellt. Kannst du nicht mal so ein paar einfachen Worten sagen, was der Buddhismus ist? Und die Antwort war vom Dalai Lama, die gebe ich euch heute. To be happy. Always. Ich zitiere das so oft, weil es so unglaublich tiefgreifend ist. Das ist wirklich der Kern. Das muss so in den 80er Jahren gewesen sein. Und dieses always, um das schon mal herauszuholen, heißt, ohne jede Bedingung. Dieses to be happy, ohne dass es irgendeine Bedingung im Leben gibt, in der wir nicht happy sein können. Das ist schon tiefgreifend, oder? Wenn wir genau hinschauen. Und ich lese euch den Satz jetzt von einem anderen Meister vor, der immer oder sehr oft mit dem Dalai Lama zusammen genannt wird. Ich lese es auf Englisch vor. So many conditions of happiness are available. More than enough for you to be happy right now. Ihr wisst, wer das ist. Teil. 1987 in dem Buch Being Peace. Also aus der gleichen Zeit. Und die haben nicht voneinander abgeschrieben, die beiden. Das ist Buddhismus. Das ist einfacher, simpler, klarer, existenzielles Ebene des Buddhismus. Einen Geisteszustand zu erreichen, da habe ich eben darauf hingewiesen, indem wir uns hinentwickeln, durch das Dharma, durch die Praxis, der unabhängig von allen Bedingungen einen Zustand hat, den wir nennen können Happy. Das ist nicht das Happy, was wir meinen. Da komme ich gleich drauf. Aber das Wesentlichste ist, die äußeren Bedingungen sind nicht entscheidend und berühren uns nicht in unserem Geisteszustand. Das, und da habe ich eben schon mal darauf hingewiesen, steht im krassen Gegensatz zu unserem westlichen Denken. Seit einiger Zeit. Ich zitiere immer wieder einen Satz, auch von den Stoikern, der ungefähr um 0, also 1, also Zeitenwende, gesagt worden ist, von einem Stoiker, genannt Epictet. und er hat gesagt und geschrieben in so einem schönen kleinen Büchlein, es sind nicht die äußeren Umstände, die uns irritieren, sondern unsere Meinung von Ihnen. Hört sich ähnlich an, oder? Genauso gut, wenn der Dalai Lama sagt, always, ist ja Thais Ausdruck, du hast immer alle Bedingungen das Gleiche, oder nicht? Wir müssen aufpassen, dass wir als Westerner da nicht sagen, aha, der Thais spricht also von Bedingungen. Der hat es so formuliert, ein Thais hat manchmal so etwas, so eine bestimmte Formulierungsart, er hat es so formuliert, dass da nichts übrig bleibt. You have always, all Bedingungen, Bedingungen, um jetzt glücklich zu sein. Es ist alles da. Und so sagt der Buddhismus, das, was du erlebst, das, was wir Dukka nennen, hat mit den äußeren Bedingungen nur, und ich sage es jetzt bedingt, etwas zu tun. Nochmal Epitekt, es ist unsere Meinung von den Dingen, die uns irritiert, oder irritiert machen. Das ist das tiefe Verständnis von Dukka. Und das ist mein zweiter Hinweis, den ihr auch wieder in Runden teilen müsst. Haben wir wirklich verstanden, dass eine äußere Bedingung uns nur anregt, zu reagieren, aber wir nur aus unserer inneren Verfassung, aus unserer Einstellung heraus dann so antworten, dass dadurch Dukka in uns entsteht. Oder nochmal deutlicher ausgedrückt, unser Dukka hat nichts mit den Umständen zu tun. und jeder hier im Raum heult auf und sagt, das stimmt nicht. Wenn du erstmal so leben würdest wie ich, ging es dir auch nicht gut. Und wenn du den Partner hättest, und so. Und das ist, wenn wir das als Buddhisten in Anführungszeichen nicht beherrschen, brauchen wir die ganze Praxis nicht machen. Das ist die Grundlage. die Grundlage heißt, es ist ein Geistestraining. Der Buddha hat irgendwann mal gesagt, dass der ganze Weg darauf hinaus läuft, Dukka verschwinden zu lassen, in Anführungszeichen. Damit hat er aber nicht die Umstände gemeint, ja? Kann er nicht gemeint haben. Geht gar nicht. Er wäre also im schlimmsten Falle Sozialpsychotherapeut gewesen. denkt also nie, dass das, was wir erleben, das, was uns schwerfällt, wo die Probleme sind, wo wir uns ärgern und ich weiß was nicht alles, irgendetwas mit den äußeren Bedingungen zu tun hat, in seiner Gesamtheit. Das muss ich jetzt deutlich machen, ja? Ich weiß, es ist ganz schwierig, auch für mich. Auch nach, ich weiß nicht, beinahe 40 Jahren erwische ich mich immer wieder dabei, dass ich rausgreife. Mein Gott, wie kann man bloß? Und dann nach innen zu greifen, sagen, Moment, was hast du denn da jetzt erwartet? Was bringst du denn da jetzt für, was bringst du da rein? Was für eine Bewertung setzt du jetzt an den anderen? hinter all dem steht bei uns so ein Gedankengebäude. Das sollte es nicht geben, das darf nicht sein, das ist ja unverschämt und wie kann man bloß ein ähnliches mehr, ja? Und jeder von uns hört das. Dukka ist das Ergebnis, das emotionale Ergebnis eines Prozesses, in dem ich mit einer Situation zusammenkomme und ich diese Situation entsprechend meinem gesamten Konstrukt einordnen und bewerte. Okay? Hört sich noch kompliziert an. Dukka ist damit ein ganz großes Feld von leichter Irritation der beginnt immer dass er irgendeine Augenbraue hochzieht oder man guckt dann so. Das ist schon Dukka. Dukka ist also dieses innere Verkrampfen. Man merkt, man nimmt die Situation nicht an. Man ist nicht mit der Situation, sondern man ist mit seiner Bewertung der Situation. Ist das verständlich, was ich es ist ganz schwierig für unglaublich viele Menschen, das einzuordnen, zu akzeptieren und zu beginnen zu praktizieren, wenn Tai sagt, Meditation heißt, zu wissen, was innen und außen passiert. Davon rede ich, von nichts anderem. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich mich so ein bisschen verkrampfe, die Augenbrauen hochziehe oder der Blick, der töten könnte, verbreite, weiß ich, was auf meinem Geist ist. Das sollte es nicht geben. Das ist der Satz, den ich hören muss. Sonst ist das alles Unsinn. Ist ja unverschämt. Wie kann man bloß? Der Satz muss kommen. Dann fange ich an, zu praktizieren. Seht mal, wenn Tai sagt, Meditation heißt, zu wissen, was außen und innen da ist. Ja, kennt ihr den Satz? Ja, ne? Dann heißt das zu wissen. Das ist klar. Ich weiß, dass der Satz da hinten schlecht. Es geht also nicht darum, zu wissen, dass ich jetzt mich verkrampfe. Davon redet keiner. Das kriege ich schon noch mit. Sondern das heißt ja, zu wissen, was in mir vorgeht. Es ist Praxis. Wenn immer wieder gefragt wird, was praktizieren wir, das praktizieren wir. Dann beginnt die Praxis eigentlich überhaupt. Die Praxis, hatten wir gesagt, heißt, es ist ein geistiger Prozess der Veränderung. die Praxis heißt, ich weiß, was auf meinem Kontinuum ist, dass ich Dukka erzeuge. Und nur dann weiß ich, was ich tun muss, Dukka verschwinden zu lassen. Also noch einmal. Und ihr hört teilweise immer von Schlamm und Lotus und ich weiß was nicht alles. Dukka ist nicht in unserem Sinne eine emotionale Erfahrung, die wir so schnell wie möglich loswerden sollen. Dukka ist ein Signal des Geistes. Und wenn ich dieses Signal des Geistes manipuliere und loswerde, kriege ich nicht mit, weswegen ich das produziert habe. Also von Tittner und Hand bis Pema Tö Dron ist das immer das Gleiche. Ganz egal, was ihr bleiben damit, hinschauen und Teilen das dann tiefe schauen, erspüren, hinfühlen. Ah, das ist auf meinem Kontinuum, so dass ich in meinem Wesen Dukka erzeuge. Ich verkrampfe mich, es geht hin bis zu Ärger und also diese üblichen Emotionen. Und es ist mir so wichtig, dass wir das verstehen, dass ihr das in den Gesprächsrunden, in der Sangha miteinander teilt. Wenn jemand sagt, da habe ich mich aber geärgert, da sagt jemand, okay, warum? Nicht wegen des Mannes. Was ist auf deinem Geist? Was erwartest du? Mit welchem Geist gehst du an diese Welt heran? Wir so mit diesem Geist sind nicht im Kontakt mit der Realität. Wir sind nicht in Kontakt mit dem Leben. Und auch da hört der Geist Teil immer wieder. To see things as they are. Kennt ihr den Ausdruck? Ja, ne? Sind wir nicht dazu bereit. Sondern wir sehen etwas und hauen sofort zu. Und die Praxis heißt, das mitzukriegen, diese Steven Batchelar nennt das dann, die grundsätzliche Befreiung heißt, aus der Reaktivität herauszukommen. Viele von uns sind also so fürchtlich stolz, impulsiv zu sein und meinen auch, das ginge gar nicht anders. Das ist Dukka. Dukka erzeugen. So schnell wie möglich drauf. Erst schießen, dann ja. Wir alle machen das. Auch mir geht das immer noch so. Geht langsam besser. Der Dalai Lama wurde noch vor ein paar Jahren erst gefragt, Ihre Holiness, die Amerikaner sind immer so ganz nett dabei, werden Sie noch ärgerlich? Und dann hat er so wieder nett gelächelt und sagt, nicht nicht mehr so oft wie früher. Ist gut genug. Gut genug ist das zu verstehen, was ich versuche deutlich zu machen. Was es heißt, wo die Praxis greift. Okay? Ich gebe euch ein kleines Beispiel, wie Tai einmal vermittelt hat, was er meint mit tiefem schauen. Und das kann uns sicherlich ein Hinweis geben, wie wir mit diesem Mechanismus umgehen. ein langes Interview, das ich vor 14 Tagen erst gelesen habe, aus dem Jahr 2005, nein, 1995, noch einmal veröffentlicht im Tri-Cycle, das ist eine größte buddhistische Zeitschrift. Und die Reporterin fragte ihn dann irgendwann so schon fast am Ende, sie sind doch sicherlich im Vietnamkrieg sehr ärgerlich geworden über das, was passiert, dass Menschen erschossen werden, dass der Krieg da ist, dass Bomben fallen und ähnliches mehr. Wie sind sie damit umgegangen? Und Tai sagte dann, ja, es ist richtig, dass ich ärgerlich geworden bin. Das gehört zu unserem menschlichen Geist. und den hatte ich damals auch. Und dann bin ich still geworden, bin ganz still zu mir gekommen und habe mich im tiefen Schauen geübt. Und ich habe ganz tief erkannt, dass diese jungen amerikanischen Soldaten Angst haben. Keiner von ihnen aus welchen Gründen auch immer hatte irgendwelche Lust Empfindungen. Alle haben eine immense Angst gehabt. Allen ist befohlen worden. Und so habe ich nach einigem Kontemplieren und tiefen Schauen Verständnis für sie aufgebracht. Ich konnte gar nicht anders. Und damit war mein Ärger weg. Denn der Ärger heißt ja Vorwurf, nicht? die Sätze, die Sätze, die ich eben gerade gebraucht, wie kann man bloß, ist ja fürchterlich, darf es ja nicht geben und ähnliches mehr. Das heißt, durch einen anderen Gedanken und dieser Gedanke, diese Einsicht, diese Einstellung gehört zu einem anderen Geist, gehört zu dem großen Geist, dem nicht ich bezogenen Geist, gehört nicht zum konditionierten Geist. Der kann zurücktreten und kann jetzt in eine Situation, in der es uns nicht möglich ist, Verstehen aufbringen. Und dieses Verstehen löst, wenn es wirklich tief ist und tief in das Wesen reingegangen, nicht so gerade so oberflächlich, sondern wirklich tief in das Wesen reingegangen ist, löst es das Dukka auf. Oder? Zumindest mal nachvollziehbar, also rein sprachlich. Das ist unsere Vorgehensweise, das ist Praxis. Tai spricht immer wieder von Verstehen und Mitgefühl. Und immer am Anfang von Verstehen. Es geht also immer darum, dass ich höre, weswegen ich diese Situation so und so betrachte. Vorwurf, Ablehnung und ähnliches mehr. Das ist auf meinem Geist. Und dann kann ich mich fragen, ist das richtig? Ist das wirklich so? Ist es wirklich richtig, dass ich annehme, dass diese jungen Amerikaner im Prinzip in ihrem Wesen Mörder sind und nur darauf gewartet haben, dass sie das Gewehr in die Hand kriegen? Sicherlich nicht, oder? Das heißt also, der nächste Satz, der zu unserer Praxis gehört, bist du sicher? Ist es wirklich so, wenn du sagst, das sollte es nicht geben? Ist das möglich? und ich kann euch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, jedes Mal, wenn ich mich frage, dass ich sage, das sollte es nicht geben und ich mich frage, ist das überhaupt möglich, dass es das nicht gibt? Dann muss ich sagen, nein, es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich, dass jemand unachtsam ist und mir in den Wagen fährt. Wirklich, könnt ihr mir glauben. Es ist einfach nicht möglich, dass alles das, wovon wir behaupten, annehmen, wünschen, das sollte es nicht geben, nur durch unsere Wunschvorstellung verschwindet. Kommt das an? Ich gebe gleich ein hartes Beispiel dafür. Viele von uns hier im Raum sind langsam in einer körperlichen Situation, von der wir sagen müssen, naja, also lange nicht mehr. Das ist die körperliche Ebene, von der ich vorhin gesprochen habe. Wir altern, wie sagt man so schön, wir altern. Damit ist einfach nicht nur gesagt, dass wir so und so lange in dieser Existenz sind, sondern dass auch dieser Körper irgendwelche Veränderungen erfährt, nennen wir es vorsichtig. Also nicht so, dass es irgendjemanden jemals gegeben hat, der 90 war und immer noch wie 18 ausgesehen hat. Ist das verständlich, was ich da gerade mache? Ist das klar, was ich schon versuche auszudrücken? Jemand, der sagt, das ist aber schlimm, dass hier die ganzen Falten sind, dem kann ich nur sagen, ist es denn möglich, dass die nicht da sind? Ja, da kann man natürlich ein bisschen operieren und Butox und was es da so alles gibt, aber prinzipiell nicht. Das heißt also, der Satz, das sollte es nicht geben, ist bezogen auf die Realität, wie soll man das nennen? Absurd? Psychologen würden das als neurotisch betrachten, dass ich also etwas behaupte, dass es möglich wäre, dass es anders gäbe und noch nie auf der Welt es ist irgendeine Situation gegeben, in der ich belegen kann, es könnte anders sein. Ist das klar? Das heißt also, wenn wir uns bei einer Tatsache erkennen, ist unsere Praxis diese Tatsache als Tatsache zu sehen und keinen Kommentar dazu abzugeben. Absolut keinen Kommentar. Das hat nichts damit zu tun, dass es dann heute gesagt hat, es musst du akzeptieren. Das ist Quatsch. Da gibt es nichts zu akzeptieren. Akzeptieren heißt, der Geist, der sagt, naja, es könnte ja schon anders sein, aber was willst du machen? Es kann aber nicht anders sein. Kriegt er den Haken mit? Das ist eine unglaublich schwierige Praxis. Ihr braucht nur in irgendeinem halbweg normalen Kreis von Deutschen zu sitzen und da wird übers Wetter gesprochen. Wie das nun sein sollte und gestern war es aber und hätte doch keiner gedacht und all solche Sachen. Völlig neurotisch. Es ist so. Ich gucke raus und es regnet. Und ich gucke raus und es scheint die Sonne. Das ist alles. Das ist die Praxis von Tai. To see things as they are. Falten, schnupfen, Trump gewählt, ecco sie. Kein Kommentar, denn dieser Kommentar ändert nichts und hat noch nie etwas geändert, ist also völlig neurotisches Energieverbrauchen unseren Geist in einen Zustand zu versetzen, den wir als Dukka erleben. Ist das klar? Das ist Praxis. Und das ist Praxis, die ins tägliche Leben gehört. Praxis gehört nur ins tägliche Leben. Praxis gehört in das tägliche Leben, dass ich mich ständig dabei erwische, wie ich diese Welt bewerte, beurteile, aburteile und ähnliches mehr und das nicht mehr tue. Ist absurd. Warum tue ich das? Ist nicht menschlich. Es ist wirklich nicht menschlich. Es kommt aus unserem konditionierten Geist. Und wir müssen uns wirklich bemühen, das nicht mehr zu tun. Das machen uns die Neurophysiologen heute klar. Das Tun verstärkt die entsprechenden Neuro- und Neurosynaptischen Verbindungen und hält sich dadurch stark. Auch das stammt von Tai aus Erkenntnissen von vor 2000 Jahren. Wenn ich das nicht bessere, vertrocknet es. Das ist ein etwas blumiger Ausdruck, der von den Neurophysiologen heute belegt wird. Und wir machen nichts anderes. Wir machen, wir wässern es ständig. Wir sind ständig dabei, unsere bewährten Aburteilen, behaupten, ständig lebendig zu halten, bei den kleinsten Kleinigkeiten. Und dadurch haben wir keine Chance, einen anderen Geist zu kultivieren. Ich weiß, als ich noch vor Tai Dreck gesessen habe, hat er sich immer wieder gewundert, was machen die Leute bloß mit ihrem Geist? Was erhoffen die sich eigentlich von der Sitzmeditation? Die 20 Minuten, da kommst du gerade so ganz vorsichtig dahin, das du so nicht mehr denkst. Und dann stehst du auf und machst wieder die übliche Konditionierung. Kann nichts passieren. Wirklich glaubt es mir, es kann nichts passieren. Wenn wir im Buddhismus sagen, wir sind in einem Geistestraining, in einer geistigen Entwicklung, die zu einem anderen Geist hinführt, der die Dinge anders sieht, müssen wir das in jedem Augenblick unseres Geistes auch praktizieren. Wenn ich also mich wieder dabei erwische, dass ich mich verkrampfe, in welcher Form auch inner, angefangen von leichten Gesichtsbewegungen, irgendwelche Handbewegungen und irgendwelche entsprechenden Kommentare da hinten ablaufen, weiß ich, dass ich den üblichen menschlichen Geist, der Leid erzeugt, kultiviere, wässere, stärke und beibehalte. Wir haben die Praxis. Und die Praxis heißt, ah, das mache ich jetzt. Und die Praxis heißt, ich mache es nicht weiter. Teilweise immer wieder darauf hin, dass dieser erste Punkt kommt und bleibt. Er ist sogar der Meinung, dass selbst der Buddha immer noch kurz gezuckt hat. Das macht Buddhisten, eingefleischten Buddhisten, ein bisschen Sorgen, dass er nur meint, der Buddha hätte also auch noch irgendwelche emotionalen Zugungen. Tai will uns nur darauf aufmerksam machen, da kommt etwas. Ja? Nur dann mache ich nicht weiter. Ihr kennt immer noch die Geschichte von dem Keller und dem Wohnzimmer und die Samen kommen hoch. Nichts tun. Und das ist eben neurophysiologisch verständlich mittlerweile für uns alle. ist kommt hoch. So heißt es ja heute so schön. Erstaunlicherweise überall. Selbst im Sendung, wo nichts passiert, kommt es hoch. Und ich tue nichts dran. Das heißt aber nicht, dass ich das wegdrücke, dass ich das nicht haben will, sondern in einem ganz tiefen Verständnis, das wir jetzt haben, weiß ich, der Gedanke gehört hier nicht hin. der kommt irgendwie so was auch immer. Ihr könnt das ja immer beobachten, wenn er hier auf dem Kissen sitzt und nichts zu denken hatte ich im Sinn. Und man weiß also nicht so richtig, wer da denkt, aber ich nicht. Aber es denkt, oder? So. Und jetzt versuchen Leute, das irgendwo in den Griff zu kriegen. Das ist nicht die Praxis. Wirklich nicht. Das ist schon wieder manipulieren, das ist drehen, das ist eingreifen und ich werde das ja wohl jetzt in Griff kriegen. Und die Praxis heißt, wie heißt das Norddeutsch so schön, nicht um kümmern. Nicht um kümmern. Sehen, feststellen, nichts dran tun. Dann ist das, wie das Dei früher genannt hat, kurz ins Wohnzimmer gekommen. Baker Rushi, ein Zen-Meister, der mittlerweile in Deutschland lebt, hat dann gesagt, don't invite your thoughts for a cup of tea. Das ist damit gemeint. Auch wieder ein bisschen blumiger. Und was wir meistens machen, und das hat den Buddha so beschäftigt, dass wir zugreifen. behaupten, das wäre ich. Stimmt ja gar nicht. Wenn ich das wirklich wäre, könnte ich es verhindern, oder? Können mich also hinsetzen und sagen, okay, also, ich kann zwar denken, aber jetzt für die 20 Minuten tue ich es nicht. Hat das schon mal jemand gekonnt? Das ist ein Beweis dafür, dass es nicht in unseren Händen liegt, oder? Also sollten wir die Finger davon lassen. Ganz alte Hinweise bis hin zu den Tibetern, die sagen, nichts dran tun. Nicht manipulieren, nicht eingreifen und ganz simpel und einfach in der Klarheit deines Geistes zu stehen. Die Klarheit des Geistes heißt, da ist. Und im Theravadischen Buddhismus heißt es dann Gedanke, 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 und dann komme ich wieder zum Atmen zurück. Kennt ihr das? Das ist alles. Das machen wir immer. Auf der Straße, beim Einkaufen, wenn wir hier zum Essen anstehen und ähnliches mehr. Immer. Dann praktizieren wir. Achtsam zu sein ist die Grundlage dafür, dass wir praktizieren. Achtsamkeit selbst ist keine Praxis. ist die Grundlage. Dann kommt die Praxis. Denn wenn ich nicht achtsam bin, kriege ich nicht mit, dass ich da wieder am Denken bin. Und ich kriege auch nicht mit, was ich da denke. Und ich kann mich auch nicht fragen, da steht es bei drei so schön, selbst wenn du sicher bist, überprüfe es noch einmal. Es kommt also nicht dorthin, dass ich mich höre, es wäre doch schön, nicht zu altern. Hat schon mal jemand gehört, oder das sollte es nicht geben, oder sowas in der Art. Und den Satz als absurd hinzustellen, ist Praxis. Und es gibt unglaublich viel davon, von diesen Sätzen, wo ich nur ganz klein bisschen antippen muss, und muss sagen, ist ja blöd, oder? Hat es wirklich noch nie gegeben. Es gibt bisher jedenfalls keinen Beweis dafür, dass es irgendjemand seit diesen x Millionen Jahren gibt, der nicht gestorben ist. Und Leute sind ständig dabei, wie schlimm das ist, und das sollte es nicht geben, und ist ja fürchterlich, und da habe ich aber Angst vor, und ich weiß was nicht alles. Alles nur on top of it. Nichts mehr. Das sind unsere alten buddhistischen Vorfahren. Don't put anything on top of it. Nimm das, was da ist, als das, was da ist. Und dann, das können wir das nächste Mal machen, setze ich natürlich meine Kreativität eine. Da würden wir im Christentum sagen, da hat uns der liebe Gott ja was mitgegeben, oder? Da können wir ja was dran tun, in den Grenzen, die uns zur Verfügung stehen. Ich muss mir nicht die Leber kaputt saufen. Wirklich nicht. Muss ich nicht. Leber Zirrhose ist keine Notwendigkeit des menschlichen Seins. Ich kann auch was anderes machen. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten innerhalb eines bestimmten Rahmens. Das habe ich vorhin gemeint, wenn ich gesagt habe, die Bedingungen tun schon etwas mit uns. Aber wir können nur dann mit den Bedingungen gut umgehen, wenn wir nicht vorher schon mal erst die Bewertung dran geklappt haben. Sondern wenn wir dann sehen, ah, das ist das. Gekündigt. Punkt. So, was liegt als nächstes an? Und kein großes Lamentieren über die Gesellschaft und die Politiker und ähnliches mehr. Faktum und jetzt sage ich, was mache ich damit? Ja, okay, Praxis. Praxis ist ganz einfach. Vorausgesetzt, wir üben uns wirklich darin, nicht immer mit unseren Kommentaren, Bewertungen, Behauptungen und ähnlichen auf die Realität zuzugehen. Und damit kommen wir dann auf die eigentliche Praxis von Thay. Die stellt er ganz groß vor, ständig, mit den Samen und den Wässern und ich weiß was nicht alles. Das ist die klassische Praxis bei uns. Und er hat dann irgendwann mal für sich selbst entdeckt, es gibt ja bereits jetzt die Möglichkeit, in einen Geisteszustand zu kommen, in dem der konditionierte Geist nicht da ist. Das nennt er immer im Hier und Jetzt Sein. Wenn Thay davon erzählt, wie er über die Wiese geht, dann ist er in dem Augenblick nicht im konditionierten Geist. Das ist die ganze Kunst. Und in dem Moment, wo ich nicht im konditionierten Geist bin, ist es Dukka weg. Dukka entsteht durch den konditionierten Geist. Das habe ich deutlich gemacht. Thay macht also, wenn man so will, den ganz großen Trick, dass er sagt, es steht uns zur Verfügung in den großen Geist, in den nicht konditionierten Geisteszustand zu kommen. Und jetzt kommt wieder das Gleiche, das wird im Zen gemacht. Über Jahre weg sitzen diese Zen-Meister und brauchen nicht den konditionierten Geist. Das ist der Zen, ähnlich wie das heißt. Und auf die Art und Weise lösen sich die Spuren. technisch klar. Das geht für uns nicht. Unsere Zeit, nicht im konditionierten Geist zu sein, ist zu kurz. Wenn wir also Glück haben, abends in 20 Minuten, kurz vorher kommen wir auf diesen Jetzt bin ich einfach da. Dann war es vorbei. Und macht uns Thay darauf aufmerksam, bringt euch so oft wie möglich in diesen Geist, in dem kein konditioniertes Bewusstsein praktiziert. Im Hier und Jetzt. Und wieder das Gleiche, wenn wir das wirklich auch im Tag machen, lösen sich die Spuren. Das ist die Kunst dabei. Und Thay hat immer wieder früher gesagt, wenn wir in einem entsprechenden Umfeld leben, wenn wir in einem entsprechenden Umfeld diesen konditionierten Geist nicht gebrauchen, wird sich das alles auflösen. Und da hat ihr Recht mit. Nur machen wir das. Das ist meine Frage. Ihr kennt die Praxis und ihr müsst jetzt für euch selbst herausfinden, wie lange und wie oft und wie gut praktiziert ihr sie. Ab und zu mal fünf Minuten bringt nicht viel. Das ist so, Thay hat das früher auch benutzt, die Kartoffel kochen. Die brauchen eigentlich am Stück 20 Minuten oder so. Ich bin kein Koch, aber 20 Minuten. Jetzt kann man natürlich eines machen, fünf Minuten, dann stellt man fünf Minuten und dann stellt man es wieder an, fünf Minuten und beim vierten Mal macht man die 20 Minuten zusammen. Das ist Thay's Beispiel immer. Das ist unsere Praxis. Immer so fünf Minuten, es passiert aber gar nichts. Das sind doch schöne Beispiele, um uns deutlich zu machen. Wir müssen auf der einen Seite grundsätzlich verstehen, wie unser Geist operiert. Wir müssen grundsätzlich verstehen, und akzeptieren, dass wir durch den konditionierten Geist etwas kreieren. Wir müssen grundsätzlich die Wachheit und Bewusstheit und Klarheit üben, dass wir mitbekommen, was auf unserem Geist passiert und dann diese entsprechende Blockade auflösen durch tiefe Schau. der ganze Komplex und der andere Komplex ist, immer wieder in einen Geist hinein zu kommen, der nicht zum konditionierten Geist gehört. Und auch der, diese beiden Praktiken werden dann ganz langsam über die Jahre die Spuren da oben löschen. Es kommt darauf an, wie tief sie sind. Manche Spuren sind ziemlich tief. Also wenn jemand 70 Jahre wie ich da oben reingegraben hat, dann ist das schon keine Spur mehr, das ist schon Canyon. Und der wächst auch in den nächsten 20 Jahren nicht mehr zu. Da brauche ich mir keine Hoffnung machen. Der kann nicht nur versuchen so was oben drauf zu tun, nicht damit da keiner rein fällt. Okay. Aber ich kann immer eines machen, immer wieder in diesen wachen, klaren, nicht konditionierten Geist herauszukommen. In dem Moment ist es nämlich egal, was auf dem konditionierten Geist ist. Ich brauche ihn einfach nicht. Ich komme aus einem anderen Geisteszustand. Das ist alles, was ich zur Praxis sagen kann. Und wie gesagt, üben, 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 üben. Das ist alles. Und wenn mich jemand fragt, ja, wie gehe ich damit um? Üben. Und da habe ich das Problem. Üben. Und wie soll ich? Üben. Okay? Danke. Dank. Danke. Danke. Das war's für heute.